Hallo ihr Lieben, im heutigen Video nehmen wir, mein Freund, der Geste und ich, wir nehmen euch mit nach Florida. Wir machen nämlich einen Roadtrip und wir sind in Miami angekommen, gestern ganz ganz spiel am Abend. Und jetzt fahren wir nach Orlando, weil morgen sind wir im Disney World. Wir sind jetzt in Disney World angekommen, in unserem Resort und es ist traumhaft, es ist wie im Himmel hier. Musik 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 Wir sind bei unserem nächsten Airbnb angekommen. Ja, wir machen Airbnb, also bei Universal Studios und bei Disney World waren wir in einem Hotel, weil man als Hotelgast doch in den Parks einige Vergünstigungen bekommt. Wir sind hier recht spontan, also heute in der Probe wussten wir noch nicht, wo wir hinfahren, was wir machen. Und dann haben wir ein bisschen geschaut im Internet und haben gleich das Airbnb gebucht. Musik 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 Unser letzter Stopp, South Beach Miami und das Wetter ist nicht ganz so schön, es ist ziemlich verwölbt, aber es hält uns ja nicht auf. Wir sind jetzt am Ocean Drive, wo wir gerade köstlich essen, aber es war fast voll teuer. Unser letzter Abend in Miami. Das ist unser letzter Tag in Miami, wobei nicht mal der letzte Tag, sondern in einigen Stunden fliegen wir. Und wir hatten noch Glück, weil heute ist schön Sonne. Gestern war es nämlich ein bisschen bewölkt und regnerisch. Deswegen liegen wir jetzt noch so lange wie möglich in der Sonne. Guten Morgen! Heute nehme ich euch mit zu einem Shooting. Da seht ihr mal, wie das Behind-the-Scene so aussieht. The Crew! Yeah! Sarah-Katharina und Claudia Griechbauer! Hi! 당اء! Ich komm die Saat! manship! Bill hosting ga eigen ginsieren! dieATE G Website, Belo.